Der Volker. Niemand sagt das. Jeden Tag. Niemals. Aber diese decadent Stadt, anything goes, sagt man. Und heute dieser Montag ist die Reception. Und heute Abend, meine Damen und Herren, wir präsentieren die kreative Essenz dieser Stadt, diese Arbeitsgruppe, wir arbeiten von vier Seilisten von Schifffrisur, Berlin. Und wir anfangen, die erste Teil, die Themen ist selbstverständlich, dass ich nun nachführe. Und das kommt jetzt von Raphael Soto. Scheiß, Mann, der Roboter kann man nicht drauf. Aber wir können nicht rennen. Wir können ja nicht rennen auf und auf. Nee, können wir nicht. Wir haben da hinten so ein Roboter aufgestellt. Nee. Ja, Marco, sag doch mal was. Nein. Das reicht doch. Das ist das. Das ist so cool. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung.